Gibt's nen Soundboard von mir? Ja. Ich hab das auf TikTok gesehen, ich weiß wer das ist. Was hast du auf TikTok gesehen? Ich hab diesen Eintypen gesehen, der das ohne Soundboard perfekt nachmacht. Juhu, nix das! Das scheiße! Hahahaha! Ey! Warum denn? Wieso? Du hättest mit spielen müssen, du hättest 20 Euro bekommen, du Sau! Hahahaha! Mein Gott! Digga! Du hättest 20 Euro gewinnen können! Hättest einfach mit spielen können! Wär ein gutes Video gewesen, du Sau! Oh, warte! Na gut, mein Bester, ich wünsch dir ganz viel Spaß, wenn wir ein bisschen weiter aufnehmen! Hau rein mal lieber! Ich wusste es! Hey! Hallo, hallo, kann man mich hören? Ja! Ja, moin, moin! Ja, hallo! Man hört mich, ne? Trimax? Bist du es? Nein! Hallo? Ja, hallo! Nein, das ist doch Fake! Das ist Fake! Das ist Fake! Wieso ist das Fake? Ich bin doch kein Faker! Warte doch! Du bist Fake! Deine Stimme hört sich anders an! Wie doll hört sich meine Stimme denn anders an? Wieso sollte meine Stimme sich denn anders anhören? Der hört sich anders an! Du bist nicht Trimax! Das ist Fake! Das ist Fake! Das ist nicht Fake! Doch! Nein! Dann zeig mal deinen OG-Skin! Ich hab doch ganz viele Accounts! Hm, dann zeig's doch! Wie soll ich das denn zeigen? Ich bin doch gerade in der Runde! Ja, dann zeig's nach der Runde! Nach der Runde kann ich das gerne zeigen, ja? Ja, okay! Ende dich, warte! Kannst mich nicht enden, ich hab Froschersatzfragen aus! Oh mein Gott, einfach Trimax! Trimax hat aber Froschersatzfragen aus! Natürlich hab ich die aus! Wegen die ganzen Stream-Snipern! Hä, Stream-Snapen die zu viele oder was? Vier zu viele, ja! Deswegen nehm ich auch gerade Off-Stream auf! Und wenn wir die Runde gewinnen, könnte 20 Euro! 20 Euro! 20 Euro! 20 Euro! Das ist schon Fake! Warum sollte das denn Fake sein? Ey, eben hier schon ein krasser Zufall, dass wir so ein Trimax knacken! Ja, ist schon! Oh mein Gott! Einfach der echte Trimax! Oh mein Gott! Das ist doch nichts Besonderes, ich bin doch auch noch ein Mensch! Okay, wenn du der echte bist, dann kannst du unsere echten Namen vorlesen! Eure echten Namen? Äh, ich meinte unsere Namen halt hier! Ähm, ja, wer seid ihr denn? Julian, Kikar Nocap und Little Witch! Ja! Oh mein Gott! Einfach Trimax! Ich hab dich immer gesehen! Was hast du gesehen? Deine Videos! Meine Videos! Wunderbar! Dann lass uns Jone gewinnen, dann kriegst du 20 Euro! Okay! Wunderbar! Wie gut seid ihr von 1 bis 10? 6! Ne 6! 10 von 10! Ne 10? Dann bist du ein Swag! Ja! Und wie gut bist du Trimax von 1 bis 10? Oh, ich bin nur mit der Sniper ne gute Zahl, aber sonst? Und wer ist doch euer Lieblings-Youtuber? Trimax! Trimax! Ich bin dein Lieblings-Youtuber? Ja! Das ist super! Ich würde auch sagen Trimax und Papa Platte ist auch mega gut! Papa Platte ist toll, ja! Ja! Trimax! Ey, ich lass das nicht! Wieso fasst du das nicht? Ja, ausgerechnet heute! Wie heißt du? So selten wie wenn Fortnite ist... Machen wir doch immer! Wie alt bist du? Ich? Ich bin 29! Und du? Ich bin 8! Ach, erst? Ja! Und dann schon so gut in Fortnite? Ja! Spielst du nur Fortnite oder auch andere Spiele? Auch andere! Und was für Spiele? Äh, so GTA... Du spielst GTA? Ja! Warum das denn? Das ist doch gar nicht für dich! Du bist auch noch zu jung! GTA ist ab 18! Ich weiß! Habst du das schon von deinen Eltern? Ja! Bist du gut in der Schule? Ja! Na gut, dann ist in Ordnung! Trimax! Du warst doch dann ja mit Rumatra in 7 vs. Wild oder? Ja! Genau! Hast du das gesehen? Ja! Ich auch! Sehr gut! Und wie findest du Rumatra? Rumatra war super! Und du sagtest meine Stimme hört sich anders an in der Twitch? Nee, jetzt weiß ich wieder! Ich hab grad geguckt! Achso! Ich bin halt ja aufgeregt, aber wenn so redet ihr so wenig! Ja, ich... Achso! So ein bisschen, ja! Warum das denn? Ich bin auch nur ein Mensch, Jungs! Ja, trotzdem, weißt du? Du bist einer der größten Stimme in Deutschland, weißt du? Ja! Ja! Gott sei Dank, aber nur dank euch! Ich geh zum Boss! Boss? Jetzt schon? Ja! Kannst du das allein? Ja! Wunderbar! Wir kommen aber trotzdem mit! Und wenn wir gewinnen, bekommen wir 20 Euro, oder wie? Genau! 20 Euro bekommt ihr dann alle! Oh cool! Ja! Das wär was denn wegen den Turtleskins, ne? Ja! Weil wenn ich dann gewinn, dann muss ich mein Taschengeld nicht ausgeben! Das wär gut, ja! Bekommst du viel Taschengeld? Ja! Wie viel bekommst du? 50 Euro! Im Monat oder einer Woche? Im Monat! Im Monat, das ist gut! Und wenn wir gewinnen, kommt das auch auf YouTube, ne? Auf YouTube? Ja! Ich krieg's mir danach! Und ihr seid alle ganz gut in Fortnite? Ja! Also geht so! Ja! Sehr gut! Ja, Little Witch ist auch schon level 276! Also der weiß auch immer, wie das Spiel funktioniert! Ja! Und was für Spiele spielt ihr noch so? Äh, eher so Horrorspiele, die nicht gekommen sind oder was auch probieren! Und FIFA! FIFA auch noch! Aber nicht aufladen, ne? Und welche Spiele spielst du so regelmäßig? Regelmäßig? Ich spiel gerade alle Spiele! Ja! Ganz viel Power World jetzt in der Tage! Und das neue Spiel, Entschrouded! Kennst du das? Ah! Ja, also ich hab schon mal was davon gehört, aber noch nie angefasst! Oh, ist ganz cool! Oh! Das ist ein Gegner! Oh ja! 25! 100! 24! Hast she tweaked? Is she cracked? Nochmal ein 20er! Und du ein bisschen weiter hinten! Perfekt! Super! Gehen die gerade! Da hinten ist er, ne? Ja! Ja! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er! So wirst du hier rauskaufen? Ja! Warum? Ja! Ah! Ah! Ah ich! er wird geschehen wenn er im Gebüsch ist der in der Zeit das ist ein Grund er hat mich nicht ich würde die Karte was ist ich gehe zu dort ist die Kompetenz der Wieser die Verdachtschuss Ich bin dann geschlossen. Willkommen. Und ich bist. Wer schafft das nicht. Einer down. Okay, ja. Ich bin down. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheimlich, du schaffst das, komm. Wer tot? Oh nein. Scheimlich, nein. Können wir bitte noch eine Runde, bitte? Noch eine Runde? Ja, bitte. Ja, komm. Das darf ich nicht. Komm schon, bitte. Eure letzte Chance 20 Euro zu gewinnen, ja? Wir können gerne abseits landen, ist kein Problem. Aber wir müssen die Runde gewinnen. Werden wir. Wo landen wir? Das ist eine gute Frage, wo wollen wir hin? Mir ist egal. Vielleicht wollen wir mal da hier landen. Können wir machen? Ich würde lieber da landen. Ja, dann ist es besser. Und du bist erst 8? Ja. Wenn wir die Runde gewinnen, ihr wisst ihr, dass wir uns so eine Wie-Bucks-Parte einlösen? Ja. 20 Euro. Also, jetzt würde ich auf jeden Fall gewinnen. Ich auch. Ich will diesen Ninjago-Skin haben. Ich auch. Ninjago-Skin? Das ist ein Turtle. Ja. Oh, sorry. Ja, das ist ein Turtle. Ja. Ich höre Gegner im Westen ungefähr. Im Westen? Okay. Das ist ein Pin. Ja. So Westen waren auch Schüsse. Und welchen Traitor-Code habt ihr eingetragen? Äh, ich habe gar keinen Turtle-Code. Um ehrlich zu sein. Ja, nein. Warum das denn? Weil ich eigentlich nicht so regelmäßig bei Fortnite einkaufe. Ich kaufe auf jeden Tag ein. Kaufe jeden Tag ein? Ja. Und welchen Turtle-Code hast du? Das ne. Oh, Gegner. Toast von vorne. Einer tot. Perfekt. Noch einer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab den. Ich hab den. Alles gut. Was ist Pizza-Party? Da kannst du Pizza essen. Wohin gehen wir? Gute Frage. Wohin wollen wir gehen? Am besten da wo Gegner sind. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Oh, da hast du ein Lama. Ja, ein Lama. Ich glaube das ist nur ein Zweisitzung. Kannst du oben heraufstellen. Genau. Oh, da hast du ein Lama. Ja, ein Lama. So. Juhu. Oh. Schnell nehmen. Einer low. Einer tot. Perfekt. Nice. Nice. Habe einen. Ich hab zwei. Nice. Nice. Sehr gut. Oh, ich bin tot. Ich hab den nicht gesehen. Der ist dahin. Irgendwo. Okay. Oh, da kommen mehr. Da kommen viele. Oh, ich glaube das bleibt jeder. Oh mein Gott. Oh, oh. Ja. One shot down. Ja. Das war ein Fehler. Ich bin jetzt auch tot. Scheiße. Wie viel hält der aus? Tot? Der ist ausgestiegen. Wohin gehst du? Mit. Ah. Mit. So, warte. Ich hab seine Karte. Ich bin tot. Ich bin tot. Und gesniped. Ja. Hier kommen ganz viele Gegner. Von oben, von oben ja. Ah, er wird tot. Scheiße, der hat mich hinten schwer. Nein. Komm. Komm. Oh, oh. Das ist ein Gegner. Wir können aber gerne nochmal in die Lobby gehen. Ja. Warte. Hallo, hallo. Hallo. Kannst du uns hören? Ja. Sehr gut. Ey mein Lieber. Kennst du Revi? Ja. Wunderbar. Hast du für dich früher einen Trimax-Double-Revi-Prank gesehen? Ja. Pass auf. Ich bin das Trimax-Double. Ich bin leider nicht der echte Trimax, aber du bist ein super lieber junger Typ. Und du kriegst trotzdem die 20 Euro von mir. Okay. Ja? Ja. Okay, sehr schön. Hast du TikTok? Ja. Wunderbar. Ich hab dich. Sehr schön. Dann schreib mir mal eine Nachricht, dann schick ich dir den Code. Ist das in Ordnung für dich, wenn das auf YouTube kommt und TikTok und so? Ja, ne? Ja. Ähm. So, meine Damen und Herren, da ist der Trimax-Double-Frank mal wieder vorbei. Ich danke vielmals meinen beiden Moderatoren wieder mal fürs Mitmachen. Einmal Julian, hier einmal eingeblendet. Und natürlich Tom wieder. Wahrscheinlich sein Instagram. Ich nehm das Ganze eben vorne rein. Deswegen, ganz vielen lieben, geht nochmal raus an den Lieben, der heute mitgemacht hat, beziehungsweise der ein bisschen veräppelt wurde. Er hat sich leider noch nicht bei mir gemeldet. Ich lade das dann selber auf meinen Account und dann schicke ich ihnen einfach die Skins rüber. Ganz wichtig, ich bin jeden Tag live auf Twitch. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und Creator-Code Jodom eintragen. Ganz, ganz, ganz viel Liebe geht raus an euch. Ich wünsche euch viel Spaß und vielen lieben Dank, die 3000 Abonnenten auf YouTube. Lasst liebe da, alle mal den Like- und Abo-Button spammen. Ganz viel Liebe und Spaß auch.